Langenbeck ist ein chirurgisches Instrument. Im Film sehen Sie, wie bei einer Weisheitszahnentfernung mittels Langenbeck die Wange des Patienten zur Seite gehalten wird. Wichtig ist, dass diese Instrumente sowie alle chirurgischen Instrumente steril eingesetzt werden. Sie sehen einen Operationscontainer. In diesem liegen die OP-Instrumente fein säuberlich nebeneinander und sind so optimal für den Sterilisationsvorgang gelagert. Vor der OP wird der Container geöffnet und die OP-Instrumente können mit sterilen Handschuhen entnommen werden. Die Sterilitätskette bleibt gewahrt. Die Verwendung von OP-Containern ist in Spitälern Standard, nicht aber in Ordinationen. Soll bei Ihnen eine Implantation, eine Knochenaufbauoperation oder sonst ein Eingriff erfolgen, dann achten Sie besonders auf Hygiene. Sterile Instrumente sind nicht die Regel. Hartnäckige Wundinfektionen und Knocheninfektionen können die Folge sein. Mehr dazu im Video Sterilität, Einmalabdeckung und Osteomyelitis.